Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Sind wir bereit? Ich denke wir sind bereit. Ich bin bereit. Sicher? Du solltest leichte dunkle Kleidung tragen. Lass alles hier, was du nicht brauchst. Ich will nicht, dass du in Plattenrüstung ein Radau veranstaltest. Ja, ich bin bereit. Was gut? Ich mein, was was? Ich glaub das ist so sein Standardspruch. Wird schon gut gehen. Wenn irgendjemand Zweifel hat, so hat er jetzt die Gelegenheit zu sprechen. Nun gut. Ich hoffe ihr wisst alle, was wir zu tun haben. Wir müssen die Geiseln befreien, um Tost seines Vorteils zu berauben. Wetten speichern sollen. Wir werden sicher irgendwo sein, wo sie bewacht werden können und trotzdem von den Truppen getrennt sind. Und wo könnte das sein? Wir hielten unsere Gefangenen stets im Haus auf dem Vorplatz bei den Stellen. Was, wenn sie im Turm sind oder irgendwo anders? Dann werden wir uns zum Tor begeben und es öffnen müssen. Das braucht Zeit und erregt Aufmerksamkeit, weshalb wir es nur tun sollten, wenn wir genau wissen, wie die Dinge stehen. Und wenn sie Alarm schlagen, bevor wir etwas tun können, machen wir uns sofort aus dem Staub. Verstanden? Und die Geiseln? Besser ein paar Geiseln als ein Berg aus Leichen. Das krieg ich hin. Bist du sicher, dass du an dieser Sache teilhaben willst? Was ist doch der denn hier? Ja, es kann ja nicht schwieriger sein, als sich jede Nacht aus der oberen Burg Ratheis hinaus und wieder hineinzuschleichen. Außerdem, wer hält diesen Hitzkopf sonst davon ab, einen Aufruhr zu veranstalten? Nun, dann zeig, was du kannst, Herr. Möge Gott unsere Schritte leideln. Was macht der denn? Ich hab den schon ewig nicht mehr gesehen. Witzig. Das ist super witzig. Schleicht der jetzt mit mir durch die Gegend, oder? Ich nehm die ganze Burg auseinander, das ist mir egal. Suche nach Herrn Ratzik und Stefanie und, äh, Herren Stefanie. Guck dir die an. Ja, das stimmt. Oh Gottes Willen. Dass das kein Arsch von denen sieht. Heimlich töten. Herr Carporn wird das... Hey, Herr Carporn ist so ne Weile her, gell, mit uns. Wir sind ja Best Friends seitdem. Seitdem hatte ich dich übrigens nie wieder gesehen. Ist komisch. Oh Gott, das wird hier... Das muss ausgehen. Scheiß aufs Warten. Ich erkenne mir die Mauer. Mann, Herr Carporn, Mann. Hans, das kannst du nicht tun. Ja, macht halt. Wird mir sterbt gleich alle. Und ich darf die ganze Scheiße hier machen. Okay, wir gehen hoch. Übrigens wirklich, Respekt an die Macher, dass es keine Load Screens oder sowas gibt bei den Burgen oder sonst was. Das ist alles eine Open World. Dass die, das weiß, das kriegen viele andere Sachen, Triple Ace-Hersteller nicht mal hin. Wir haben hier nie Load Screens, nie. Ich ziehe seine Rüstung an und behalte die Seite im Auge. Aber bei der Winde des Falkert, das sind noch zwei. Gibt es Freiwillige? Heinrich macht es. Erlögt man. Aber sie tut, dass du leise bist. Oh Gott. Er lege die Wache am Tor. Kann ich speichern? Nein, kann ich nicht. Oh Gott, wir haben keinen Scheiß-Trank dabei. Nein, ich kriege AIDS. Hey, ihr alle hier sammeln. Schlag. Komm her, du Falschei. Laden. Mann, was hätte ich denn machen sollen? Hätte der andere den anderen gepackt oder wie sieht es aus? So eine Kacke. Ich habe nicht mal was zum Speichern. Das glaube ich eher nicht. Muss ich dazu irgendwas sagen? Was war? Was? Ich bin einfach so vom Berg geflogen. So richtig Bäm. Das wird etwas. Ja, dann hört man sich Geschichten. Wer bist du? Was? Hey. Was? Dann erzählt Ishtman die Geschichten und wir sind die Angeschmierten. Seine Stimmen synchron ist übrigens super. Vom Herr Karpon. Ich habe dich mal gehasst. Das waren noch Zeiten. Ich hätte wahrscheinlich auf den anderen warten müssen. Das ist halt super dumm, dass wir keinen Retterschnappchen mehr haben. Glaubst du, was du da tust? Was treibst du denn da? Worauf warten sie denn? Still verflixt nochmal. Worauf warten sie denn? Woher soll ich das wissen? Warum frage ich eigentlich? Ach, schweig still und achte auf das Licht auf den Zinnen. Ja, ja, ja. Oh Gott, das wird ein paar von gehen. Ich spüre, das wird etwas wie das Kloster. Das wird wie mit dem Kloster sein. Ja, komm, geht hoch. Frag mich, ob wir uns hätten eigentlich den Banditen anschließen können und alles eigentlich nicht für die Banditen hätten tun können. Das ist echt eine gute Frage. Wäre definitiv interessant gewesen. Ich ziehe seine Rüstung an und behalte die Seite im Auge. Aber bei der Winde des Fallgatters sind noch zwei. Gibt es Freiwillige? Heinrich macht es. Blöd, Mann. Aber sie tut, dass du leise bist. Okay, ich muss warten, bis der den einen umhaut und dann kann ich den anderen wahrscheinlich umhauen. Was ist denn da? Wenn ich den jetzt wieder umhau und der andere hört mich. Oh. Jetzt. 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 Nicht viel Zeit. Schneller. Schneller. Oh. Scheiße. Sie haben Alarm geschlagen. Komm her, du Weichein. Ich kann nichts mehr tun. Ich kann jemandem auslassen. Ich kriege das Kotzen. Ich glaube, ich muss den zuerst machen, da. Oh. Hä? Warum hat der mich eigentlich überhaupt... Ach. Ich glaube, ich muss gleich heimlich töten und den Dolch ins Gesicht... Na, Mann. Was ist denn das? Ja, dann wird man sich Geschichten darüber erzählen. Wir werden zu Legenden. Es sei denn, wir vermasseln es. Dann erzählt Ischtmann die Geschichten und wir sind die Angeschmierten. Hey. Ich probiere es jetzt noch einmal. Und wenn ich es nicht schaffe, dann mache ich das Offscreen. und schneide es dann rein. Hey. Was wollt ihr eigentlich alle? Hi. Hi. Die, die. Worauf warten Sie denn? Schnell, verflixt nochmal. Worauf warten Sie denn? Woher soll ich das wissen? Warum frage ich eigentlich? Ach, schweig still und achte auf das Licht, auf den Zinn. Auf den Zinn? Scheiß aufs Warten. Ich erklimme die Mauer. Es ist immer noch witzig. Ja, geh du hoch, damit ich dann hoch kann. Warum muss ich den Typen eigentlich heimlich töten? Und vor allem, warum beide? Ich ziehe seine Rüstung an und behalte die Seite im Auge. Aber bei der Winde des Fallgott, das sind noch zwei. Gibt es Freiwillige? Heinrich macht es. Blöd, Mann. Aber es ist zu, dass du leise bist. Ja, 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 ja. Oh, Mann. Also wir nehmen erst den einen Gewahrsam, der wo so Hardcore ist. Erst ihn hier, danach ihn. Wir warten, bis er sich umdreht. Ich wünsche halt, ich könnte speichern. Ich habe halt nichts zum Speichern. Jedes Mal der Hochkletter ist halt auch kacke. So, der dreht sich um. Wir können natürlich erst ihn nehmen und den Körper dann wegtun. So. Se, 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 se. Okay, Nummer 1 haben wir. Erstmal plündern. Oh, geil, großen. Warten, bis er sich nochmal bewegt. Und den töten wir dann gleich mit dem Dolch. Nicht, dass es mit dem heimlichen Dingen nicht wirklich geht. Das wäre echt kacke. Komm. Komm. Das hätte uns locker gereicht, da hinzugehen. Aber jetzt warten wir trotzdem. Wenn ich jetzt nämlich losleife, dann dreht er sich um. Ja. Dass er sich nicht wundert, dass der Kollege weg ist. Okay. So weit, so gut, so weit, so gut, so weit, so gut. Plündern. Warte, ich höre dich nicht. Was? Vorsicht! Alle Türen führen zum Vorplatz. Wenn auch nur einer von ihnen pissen geht, wird er uns sehen. Ruhig. Wir sind fast da. Wir dürfen uns zu kurz vorm Ziel nicht versauen. Ich folge ihm einfach. Ich folge ihm einfach. Und dann ist alles gut, dann geht nichts schief. Herr Gott, weg deinen Arsch, verdammt. Angst. Geduld. Er ist am Zug. Gleich geht's los. Ich vertraue dir, gell? Ich vertraue dir mein Safe-Spann an. Ich will nicht alles nochmal machen. Gott sei Dank geht der mit übrigens. Das ist mal ein bisschen beeindruckend. Nicht, dass der auf einmal hier rüberkommt. Stimmt, wir müssen eigentlich nur die Geiseln befreien. Und dann können wir for free, wirklich for free, die Burg stürmen. Wird schon gut gehen. Soll ich hier rein? Was jetzt? Soll ich da rein? Da steht einer. Ich hab Angst. Ich kann nicht speichern. Toll. Nein, sowas. Wo ist Herr Ratzig? Und Herrin Stefanie? Herrin Stefanie? Sie ist nicht hier. Wird wohl woanders festgehalten. Wo? Wo wird sie festgehalten? Und wo ist Herr Ratzig? Die Herrin könnte in ihrer Kammer sein. Wir wissen nichts. Sie haben uns zusammengetrieben und gesagt, wir sollen uns nicht rühren. Alles Gute. Okay. Okay. Neue Stufe Heimlichkeit, neue Spazilisierung. Vielleicht bringt es uns jetzt was. Fähigkeiten. Heimlichkeit. Hunde in den Höfen oder bei den Häusern. Ihre Besitzer spellen nicht und fallen dich nicht an, sofern du sie nicht anrempelst. Angreifst du die in anderweitig als Bedrohung erscheinst. Auch du, Brutus, deine Tacken von hinten werden um ein Drittel stärker. Nice. Wenn du dir, wenn nach dir gesucht wirst. Oh, das ist halt mit ein Drittel stärker, ist halt schon gut. Ich glaube, wir machen das. D-d-d-d-d-d, Herr Kopf. Herr, was, wie heißt der nochmal? Verdammt, wir kehren mit leeren Händen zurück. Ich dachte, wir bekämen das hin. Wir gehen nirgendwo hin. Nicht ohne meinen Vater und Herren Stefanie. Und wie sollen wir sie finden? Sie sind nicht in den Ställen oder irgendwo in der Nähe. Willst du dich in den Palast schleichen, wo überall Toss Männer sind? Ja. Nein. Du könntest auch gleich nach deinem Schwert suchen, wenn du schon dabei bist. Du machst schließlich keine halben Sachen. Spar dir deine Reden. Hilfst du mir oder nicht? Wenn du dich umbringen willst, bitte. Tu dir keinen Zwang an. Aber bevor du das tohst, gib uns Zeit zu verschwinden. Komm, verschwinden wir von diesem Ort, bevor sie uns erwischen. sakra Notice. Sagra, scheiße. Mein Arsch. musste das jetzt sein alter das hoffe ich niemals was soll ich machen ich weiß nicht wo ich hin muss ja alter wenn du dich nicht sput ist stechen sie dir direkt unter meiner nase in den rücken auch wirklich man nicht gerade ruhmreich was wohl war eine schmach sie drängten uns zurück noch bevor wir etwas tun konnten das ist schlimmer als der tod so weit würde ich nicht gehen wir mussten es versuchen wenn wir obsiegt hätten wenn schweine fliegen könnten ich weiß es nagt an dir aber noch ist nicht einer tage abend wir befreien die geiseln und hängen den bastard toll jetzt haben wir wenigstens die dorfbewonnen was als ob der jetzt noch mal da rein geht es geht niemals gut schön noch einen rein lernen bevor es weiter geht her robert mir scheint das ging uns die optionen aus wir haben nicht genug männer um die mauern mit leitern zu erklimmen und schon genug verluste erlitten thallenberg lässt sich nur durch eine list oder ein großes heer erobern ersteres schlug fehl und und ein großes heer haben wir nicht und bleibt nichts anderes übrig als ein triebock zu bauen um meine eigenen mauer niederzureißen wo ist meister fefer erwartet wir ließen ihn schnellstmöglich hol ihn her wir dürfen keine zeit verlieren herrte wisch du wirst mehr ein triebock bauen meister tobias um sagte dir triebock mein herr das ist nicht unbedingt mein spezialgebiet wir müssen thallenberg zurückerobern ja natürlich hat das verstehe ist der beste konstrukteur den es in diesem ganzen lehen gibt dann danke ich euch mein herr ich habe nur noch nie vorher einen triebock gebaut das könnte ein wenig dauern dann geh sofort ans werk bernhard wird den schlachtplan mit ihr durchgehen nun ich du hast viel zu tun und wenig zeit ich will dich nicht länger aufhalten natürlich ich verstehe danke mein herr der arme komm schon wie sieht es mit den vorbereitungen in den anderen lagern aus so gut es eben geht unter diesen umständen es sind noch viele dinge zu tun aber wir haben einfach nicht die zeit dafür nein haben wir nicht heinrich ja herr ich möchte dass du bei den vorbereitungen in den anderen lagern behilflich bist natürlich ja robert wird dich anweisen du kannst jetzt gehen und jetzt dürfen wieder laufbursche spielen ich spüre es da gehe ich lieber eine runde mit theresa laufen hey ach gottes willen wie sich die dinge so entwickeln du hast gelernt antriebock schön du hast gelernt kampf technik ich finde schön wie sich die map langsam sicher verändert überall so lager und sowas entstehen können wir da nicht einfach irgendwie rein gucken wir mal was der robert sozusagen hat ne hi hi was soll ich machen spitzt die ohren feldlager sind eine verzwickte angelegenheit und kein vergleich zur heiligen messe momentan herrscht hier chaos die männer sind angespannt wie in käfige gepferchte bären wenn du durch die lager schlenderst siehst du es selbst überall stinkereien angefangen beim haferschleim bis hin zu flöhen sie beklagen sich die schenke leer gesoffen zu haben und auf die nächste ladung bier warten zu müssen es gibt tote die bestattet werden müssen und viele verwundete darunter auch einer ihrer herren je weniger die männer muhren desto besser für alle doch das hauptproblem ist ein anderes was meinst du? hast du gehört was er divish zu fefer sagte? unserem meister konstrukteur? ein wenig ja und was hältst du davon? er wirkte etwas so unsicher er sagte er hätte noch nie ein tribok gebaut ich wüsste nicht einmal wo ich anfangen sollte aber wenn er dafür so lange braucht wie er sagt wir können nicht bis zum jüngsten tag warten so viel zeit haben wir nicht ich werde fragen ob ich ihm helfen kann das solltest du unbedingt tun ohne tribok sind wir wahrlich aufgeschmissen wie geht es dir Herr Robert? wie wird es mir wohl gehen Junge? in der Burg regelt sich ein halsabschneiderischer Halunke in meinem Bett zumindest wurde Talmberg nicht geschleift noch nicht aber womöglich werden wir das tun müssen um den Bastard auszuräuchern das würde Herrn Divish sicher nicht gefallen warum hat er mir wohl das Kommando übertragen? aber auch mir blutet das Herz das ist mein Zuhause erst mal auf die Spotify Playlist packen easy so ich würde sagen wir dürfen jetzt erstmal Laufbursen spielen aber was ich gern wir haben noch ein paar andere Quests wir können ja ein bisschen nach dem Nebenquest gucken wir haben jetzt lange lange Hauptstory gemacht da wird oh Gott da wird doch ganz viel Kombo hm 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 da hätte ich unbedingt in Lager noch jemand zu mir ja ok das können wir alles machen wir können hier die ganzen Optionalen machen wir natürlich mit Theresa nehmen wir natürlich auch mit ähm ja da gehen wir als nächstes hin ich denke mal Theresa machen wir als nächstes gucken dass wir hier noch ein bisschen legen unser Schleichzeug wieder in die ähm äh in die unsere Truhne Truhne vor allem in unsere Truhne und dann ist gut äh und dann machen wir dann irgendwann auch wieder die Hauptquests ich will jetzt nur ein paar kleine Sachen so nicht zu lange kein zu langer Cut zwischen Hauptstory und jetzt nehmen wir erst nur ein bisschen Theresa und mal gucken was sonst noch so kommt auf jeden Fall Dankeschön fürs Einschalten wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bis dahin eine schöne Zeit bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin Vielen Dank.